Ja, Schröder, welche Chancen hat in Ihren Augen die deutsche Mannschaft bei der WM in Kanada? Also ich denke, dass wir, wenn wir dieses Jahr den WM-Titel nicht schaffen, dann wäre nur Frankreich dran schuld, weil es passieren kann, dass wir im Viertelfinale auf Frankreich stoßen. Alle anderen Mannschaften schätze ich so ein, dass wir keine großen Probleme haben werden. Es wäre schlimm. Wir haben wieder mit einem unserer Klubs, diesmal mit Frankfurt, die Champions League gewonnen. Seit Jahren bestimmen wir den europäischen Fußball im Klubbereich. Wir haben x Titel geholt im Nachwuchsbereich. Die Mannschaft spielt seit Jahren zusammen. Ich glaube, dieser Weltmeistertitel geht nur über Deutschland. Das ist doch mal eine Ansage. Was erwarten Sie von Ihren drei Schützlingen? Also Tabea Kemme, Jenny Kramer ist dabei und Pauline Bremer? Ich erwarte auf jeden Fall, dass nur immer mal eine spielt, weil wir wissen ja, wie die Vorstellungen der Bundestrainerinnen sind und welche Positionen welche Spielerinnen einnehmen können. Und die größte Chance hat sicherlich Jenny Kramer, was viele nicht verstehen. Aber ich denke schon, dass die hinten in der Abwehr durchaus spielen kann. Da ist um die Frage, spielt Kramer oder spielt Peter? Je nachdem. Also auf der linken Verteidigerposition? In der Verteidigerposition, weil jetzt, wenn Barduziak wiederkommt, dann ist ja die Innenverteidigung mit Kran und mit Barduziak geklärt. Da könnte es sein, dass Peter rausschiebt und dann mit Jenny Kramer raus. Bremer, nehme ich mal an, wird nur sporadisch einige wegfällt, weil wir ja ein anderes System spielen. Die spielen ja ein 4-2-3-1, also mit einer Spitze, wahrscheinlich mit Celia. Und da ist Bremer... Jokerrolle vielleicht. Ja, da könnte sie, wenn man dann mit 2- oder 3-Stürmern spielt, Kämme, weiß ich gar nicht, wo ich sie hinstellen soll. Bei uns spielt sie jetzt im zentralen Mittelfeld gut, sehr gut spielt jetzt auch. Da können sie nur am rechten Verteidiger spielen. Da spielt Meier und dann im rechten Mittelfeld spielt Bianca Schmidt, die ja zukünftig bei uns spielt. Für unsere 3 wird es schwer, sich dort reinzufinden, aber sie sind erstmal dabei.